hallo leute dm holen ich zeige euch was ich alles bei dm geshoppt habe erst kommen die langweiligen sachen und dann kommen die interessanten zahnsticks zahnseidensticks für meine tochter dann katzenfutter dann noch mal zahnseide habe ich dringend gebraucht haben wir benötigt dann wartestäbchen oh mein gott leute beachtet nicht meine haare ich liebe ja das gute wetter und das schöne aber meine haare sehen das völlig anderes dann reiswaffeln meine lieblings reiswaffeln gab es nicht also habe ich die von hip mitgenommen die schmecken auch ganz gut dann ein paar salberbonbons eine packung salberbonbons sondern sonne was erkältet ist dann geburtstagskarten die hier ich habe schon die gleichen gekauft aber ich weiß nicht wo die sind so dann warte hier die großen xxl pads die sind perfekt zum abschminken dann sonnenschutzcreme zum mitnehmen von sandons sensitiv so für uns alle oder für meine tochter nochmal zahnseidensticks richtig für die zahnpflege so leute dann leckerlich für meine katze diese mit lachs mag sie am liebsten so dann habe ich trocken schampfen gebraucht und ich habe drei stück mitgenommen einmal mit kokosnuss weil letztes mal war alles ausverkauft und ich gar nichts bekommen habe dann mit honolulu riecht auch ganz gut und macht sein ding und dann nochmal mit baumwoll duft das mag ich richtig gerne das ist richtig schön für 1,95 so leute dann habe ich duschschaum gekauft ich glaube das war da jetzt neu von balea auch mehr für meine tochter immer wenn sie so täglich duscht kann sie das super schön benutzen so dann habe ich da noch eine neue body lotion von nivea gesehen und ich mag die nivea body lotion sehr gerne ich habe jetzt drei aufgebraucht also dachte ich kann mir eine neue kaufen und die duftet richtig angenehm nach diesem nivea duft und nach rosa und jasmin und rosa und jasmin die sind beide gleich präsent in der body lotion die ist so gut leute es gab noch eine andere duftrichtung ich glaube vanille und magnolia oder sowas aber ich habe mich jetzt für diese entschieden dann habe ich tatsächlich noch ein catrice flüssig blush gefunden aus der wald escape limited edition in dieser farbe ich habe ja schon die andere gekauft und diese ist so mehr rosa und eignet sich tatsächlich als blush und ich bin mega gespannt ich werde das auf jeden fall testen und euch dann berichten wie ich den blush finde und jetzt kommt das schönste was ich mir mitgenommen habe und zwar ist das ein parfüm von esprit nennt sich summer und wenn ihr wissen wollt wie das parfüm riecht schaut gerne meine anderen videos ich werde das jetzt testen und das dann abfilmen und macht auch gerne das plus weg und das herzrot um keine videos mehr zu verpassen so sieht der flakon aus aber eins kann ich schon sagen das riecht das riecht das riecht einfach nach sommer einfach nach sommer und kostet nur 7,95 Euro bis zum nächsten mal das riecht das riecht Vielen Dank.